Willkommen im Indigo Bay. Es schmeckt Ihnen ganz sicher. Du darfst euch zugeben, dass dieses Resort unglaublich ist. Ich freue mich, mit euch hier zu sein. Ich genieße diesen Urlaub wirklich. Wer war denn der süße Typ, mit dem du da geredet hast? Hast du eigentlich gewusst, dass heute mein letzter Abend hier ist? Ich habe gedacht, wir machen vielleicht irgendwas Besonderes. Mama? Was hast du denn, mein Schatz? Alison ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen. Oh, mein Schatz, mit ihr ist bestimmt alles okay. Mehrere Zeugen haben Alison gestern Nacht noch in einer Bar gesehen. Zusammen mit zwei jungen Männern hier aus dem Dorf. Nur um es klar zu sagen. Wir kommen nicht umhin, den Tod von Alison Thomas als einen Unfall zu sehen. Hier wissen doch alle, dass das kein Unfall gewesen ist. Weißt du, was im Urlaub so cool ist? Niemand hier kennt uns. Das ist unsere Chance, einfach mal was Neues auszuprobieren. Jahrelang ging der Mord an meiner Schwester durch die Schlagzeilen. Manchmal habe ich das Gefühl, als wüsste die ganze Welt weit mehr, was mit ihr passiert ist, als ich. Du brauchst verdammt noch mal Hilfe, denn inzwischen bist du eine echte Stalkerin. Meine Schwester wurde vergewaltigt und ermordet. Das ist das Einzige, das für mich zählt. Hey Jungs, hola! Die Polizei ist hinter uns her. Was das Mädchen betrifft, wir haben sie im Hotel abgesetzt und nicht mehr gesehen. Weißt du, was ich total viel Spaß mit eurer Familie habe? Ich mache damit weiter. Für sie.